Hey, wir sind hier in Bernau bei Berlin für das Freedom BMX Game of Horst Rematch. Sieben Jahre später, seit das letzte Mal Mo, Nussbaum und Daniel Tünthe ein Kopf-an-Kopf-Duell hatten. Damals auf der anderen Seite von Deutschland, jetzt hier. Weil beim letzten Mal Mo anfangen durfte, weil er Shorts hatte. Und weil Daniel beim letzten Mal verloren hat und heute Shorts an hat, darf Daniel jetzt anfangen. Ich würde mal so einen Truck machen an der kleinen Head davor. Wir fahren da einmal über das Dreieck drüber, also Paul-Gender-mäßig, aber mit beiden Rädern. Monster-Truck. Ich probiere mal einen Nollie Smith an der Dauerstab. Und weil wir hier im Skatpark sind und es auch ein paar Rampen gibt, machen wir jetzt da einen Can-Jam-To-Fake-Kick. Und weil Daniel gerade getimpt hat, hat er eine Verwarnung bekommen gerade. Also, du könntest nochmal offiziell aussprechen, da wurde es gerade verwarnt. Das ist ein Freecoaster. So kennt das genau. Ja. Packs. Up-Sit-Bastel. Up-Rail. Jetzt noch ein bisschen die Feinmotorik testen vom Tönte. Und deswegen hier an der Stelle Shoutout an Perry Peter Müller von früher. Mal so einen Downside-One-Foot-Tooth-Chink an der Quarter-Pipe. Wie geht das? Video? Videobeweis? Videobeweis hat gerade ergeben, dass das Hinterrad leider das Kuppeln berührt hat. Deswegen ist jetzt... Aha. Reicht dann. Kopf an Kopf geht weiter. Ja. Apo 50 HD. Das ist eine Erleichterung. Wirklich. Da ist so diese kleine Box, das Manual Pad mit dem Rail dran. Da würde ich über das Railen einen Half Cap machen. Und einen kurzen Nose Manual. Ich bleib mal beim kleinsten Rail der Welt. Ich habe einen Peggy Crooked. Ne, wir machen jetzt so einen 90-Bar über die Hip. Und landen dann so einen Slider. Das noch direkt raus-sliden. Ja, hoher Haar. Hoher Haar. Tschüdi. Hoche. Hochata. Tschüdi. Upple Whip über die kleine Hip. Ist der Hot. Oh, wow. 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 I've seen a Crooked Grind. Das größte Rail der Welt runter. Oh, wow. Und dann machen wir ein Nose-Manual über das Pad. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Bar-Spin, Grind, Bar-Spin, alles gut. Love it! Ohne mich würde ich sagen. Also ich war letztens in der Heimat, bin dann mit dem Gregor ein bisschen Rad gefahren, mit einem Haufen Flyouts gemacht. Und deswegen würde ich jetzt einen Double Bar-Spin aus diesem Bowl-Ding in die kleine Bank als Flyout probieren. Also Bar-Spin, Catch und dann vielleicht noch einen zweiten. Crick-Rail-Manny. Für alle hungrigen Kids da draußen, Smith-Nose-Bar an der Flat-Ledge. Smith-Hardy-Down-Ledge. Smith-Down-Ledge-Stein. Hedl-Edge. Smith- berthockpips. Marilyn. Smith-US-Mars-Side. Yeah, krass! Bleiben hier an der Ledge, machen mehr ein Fibel hoch. Quick-Manny. Whip. Whip Ich wollte mal da so hochfahren das Thread und dann... Monady Bar Ohne Scheiß Es hat echt lang gedauert, aber du hast das O Du hast es Es steht H O zu H O R Also wieder zum heiß geliebten Dreieck Diesmal mit einem Eishängenbleiber To Bar Spin In die Bank Kleinstes Rail der Welt Over Ice Videobeweis Was würdest du das beschreiben? Kiss the Rail im Tony Hawks Pro Skater Jargon Mo, was sagst du selber zu deiner Leistung? One over Ice Motherfucker So many Nolly Double Pack Easy 180 Buggie Gar nichts mehr leid, das war ein Ich weiß Ich weiß, ich glaube er hat nämlich den Trick gar nicht Ja ja ja, weil Das ist Teil des Spiels Lieblings Bot des Skateparks Lieblings Obstacle Kleinst Rail der Welt Bar Packs Bar Aua Forst Horst oder was? Forst Horst Double Pack Grind durch ohne Nolly diesmal Landen im Manual Fahre Fahre rechts um die Kurve Auf die Ledge mit dem Feeble Und 180 Bars bin da raus Eigentlich war geil, bis auf der Manual halt Hahahaha Goofy Packs Tail Whip Hinterrad Bump 180 Und dann Nolly Upcap Kein Basten oder sowas Nolly Cap Nolly Cap Ja hier so äh Corona mäßig Ja äh Game of Horst Ist äh Ist in the books Ähm Moritz hat sich knallhart durchgesetzt Daniel meinte zwar Der Trick am Ende Aber Nö nö Aber ich kann den heute einfach nicht Ne war War gut Ich hatte viel Spaß Immer mit dabei zu sein Die Boys Sie haben krass Sachen gemacht Ich hoffe euch hat's gefallen Und ähm Ja Mit Dislikes kriegt man auch Geld wie sehen they die кто sagen Für den fЯt 滲 Besurd haben View 気